Das ist Chris. Modern? Okay. Wird Christian mich hassen, wenn ich ihn dazu bringe, mit mir Night of the Living Dead am Beamer anzuschauen? Wahrscheinlich. Vielleicht wird er dich auch einfach für deine Schlüssel sammeln ermorden. Ordnung war noch nie einer meiner Tugenden. Da reicht ein Blick in die Seite meines Tagebuchs. Ich werde nicht aufhören, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Gut. Da liegt ein Schlüpper. Seht ihr den Tanga da? Hübsche Ding. Willst du nicht nochmal nachgucken? Willst du nicht deinen roten Schlüpper allen zeigen? Guck mal hier, total modern. So ein Arcade-Ding, ne? Es ist total abgedreht, aber ich liebe es. Ich wollte schon immer Cadillacs und Dinosaurier zu Hause haben. Und jetzt habe ich sie. Ja, total modern. Guck mal hier, der Plattenspieler. Super modern. Sobald ich Papa gefunden und Zeit zum Ausruhen habe, lege ich mich hier hin und höre Metallica bis zum Abwinken. Guck mal hier, Plastikobst. Total modern. Ich werde nicht aufhören, bis ich den Schlüssel gefunden habe. Komm schon, Eri. Er nennt sich selber Eri. Wie süß. Hier auch nicht. Ich schätze, ich muss weitersuchen. Hier auch nicht. Ich schätze, ich muss weitersuchen, hat sie gesagt. Genau. Was haben wir denn da? Meine Pflanze ist tot. Verdammt, Papa. Ich hatte dich gebeten, sie zu gießen. Nein, ich habe das Geschirr nicht abgeschimpft, bevor ich gegangen bin. Ja, Papa, ich bin ein Wrack. Ach, deswegen stinkt das da so. Aber guck mal, die Küche ist doch total modern. Vor allem diese hässlichen, bunten Hängeschränke. Und dieser ranzige Herd und diese noch ranzigere Waschmaschine. Ist total modern. Guck mal, auch der Kaffeekessel da. Total modern. Hier bewahre ich meine Gewürze auf. Manche davon sind ziemlich exotisch. Kein Gericht ist vollkommen ohne eine Prise hiervon, denn ein bisschen davon. Exotisch, sie meint wahrscheinlich Curry. Der Schlüssel zum schnellen Kochen ist ein gutes Set an Messern. Oder? Eine Mikrowelle. Habe ich vergessen, die Pizzareste wegzuwerfen? Oh, das ist ja eklig. Ja, ja. Total. Da ist eine Fotokamera hinter ihr. Meine Reiseführer. Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Besonders bei dieser einen Auktion in Istanbul. Meine kleine Sammlung an Rock'n'Roll-Schätzchen. Einige davon sind Limited Editions. Ja, total modern. Ah, im WC waren wir schon gucken. Ich gehe jetzt nochmal durch die anderen Räume, weil offensichtlich suchen wir ja den Schlüssel. Haben wir hier irgendwo Dreckwäsche liegen? Ich frage für einen Freund. Nicht? Wir hatten schon lange kein Event mehr, oder? Halt, warte, warte, warte. Achso, nee, das sind ja die Parfüms. Okay, das ist auf jeden Fall die Vitrine, die wir gesucht haben. Kannst du hier irgendwo Dreckwäsche rumliegen? Kann ja nicht hier mit bei sein, dieser kleine Goldene zum Beispiel. Habe ich hier schon geguckt? Sie macht halt Geräusche, als müsste sie irgendwie ein verstopftes Klo ausräumen. Endlich, ich hatte schon gedacht, dass er weg ist. Warte, die Tür. Ich versuche, gute Laune zu haben. Ich würde mich gerne ein bisschen am Spielspaß laben. Doch die Rätsel sind zu schwer und ich bin viel, 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 viel zu blöd. Ich heule gleich, ich bin ziemlich in Nöte. Ähm. Hier ist das Luminol. Gott sei Dank, ich habe auch immer Luminol im Schrank. Nichts als Tampons und andere Damenartikel. Ich glaube nicht, dass ich zeitnah etwas davon brauchen werde. Natürlich, ich schließe meine Tampons auch immer weg, weil... Uh, stellt euch vor, Leute würden sehen, dass ich menstruiere. Oh mein Gott. Schließt sie weg. Das Schloss und Riegel mit ihnen. Bin ich jetzt hier fertig? Kann ich jetzt gehen? Kann ich jetzt hier irgendwo was zusammen mischen? Wahrscheinlich noch nicht, ich muss jetzt in die Lagerräume. Ich bin da halt ganz anders, weil du gerade sagst, warum sollte man sowas Normales nicht verstecken? Bei mir steht die Tamponparade einfach über dem Klo, ist mir doch egal. Ich habe einen Uterus, ich menstruiere, Punkt. Das darf ja keiner sehen. Ja, schlimm, schlimm. Ich bin so ein ganz extremes Vibesbild. Ich schicke sogar meinen Mann zum Tampons kaufen. Und das seit Jahren. Seine einzige Reaktion darauf war, okay, welche Größe. Ach, schön. So, wo ist denn die Wohnung von Fadern? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Ich habe doch alles vergessen. Ich weiß doch nichts mehr. Okay. 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 Stop. Äh. Schockschwere Not. Wo ist denn so ein verficktes fucking, fucking Verstecken-Dingens-Boomens? Äh, gerade... Halt, stopp. Ich seh nichts. Ja, ich seh nichts. Renn doch mal. Ja, lauf doch mal, du Dumme. Geh doch. Mach doch mal das fucking Licht an. Ey, die Rasse krasse gleich aus. Welcher Table? Warte. Der Table. Ja, lauf doch mal! Da, Table. Table! Renn! 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 Ah, ich war Schreck. Direkt das Feuerzeug ausgemacht, gell? Mann. Ne, irgendwas mache ich falsch. Warte, ich muss erst in den Lagerraum. Pah. Ich sehe deine Zukunft. Was sehe ich? Da ist etwas, das nicht da sein sollte. Ach. Hä, habe ich jetzt nicht alle gefunden? Kann man die nicht zu dritt kombinieren? Vielleicht kommen da noch mehr. Ich dachte, das wäre es jetzt. So, Lagerraum, ich komme. Ja, klingt immer noch total schön dahinter. Klingt gut. Klingt gut. Wenn es wunderbar funktioniert, wieso machst du dann die Tür nicht auf? Mach sie doch auf. Guck mal, soll ich die Türklink jetzt wirklich benutzen? Nein, ich wollte nur wissen, ob der Schlüssel passt, Schätzchen. Ich wollte nur wissen, ob der Schlüssel passt. Karten, was? Karte nicht verfügbar? Die Tür hier ist verriegelt. Wieso ist hier keine Karte verfügbar? Wieso sind hier eine Million Türen? Ja, schön, dass du das nicht weißt. Woher soll ich das dann... Wo soll ich denn dann da was... Das weiß ich auch nicht. Nichts, sie ist verschlossen. Gott sei Dank habe ich einen Schlüssel dabei. Der hat wunderbar funktioniert. Und trotzdem muss ich nochmal X drücken. Kann sie nicht einfach die Tür aufmachen, wenn sie den Schlüssel hat? Warum muss ich dreimal X drücken, damit sie endlich aufschließt? Es ist mir egal, was da drin ist. Wenn es hier keinen Kleiderschrank gibt, ist das nicht der Lagerraum, nach dem ich suche. Wenn es hier keinen Kleiderschrank gibt... Was soll ich denn mit einem Kleiderschrank? Und warum habe ich keine Karte hier unten? Ja, will mich wenigstens wieder irgendein Vieh hier unten fressen? Ich weiß es ja auch nicht. Uppe, da sieht schon scheußlich aus. Ich versuche an der Tür zu horcheln. Halt die Klappe. Es ist mir egal, was da drin ist. Wenn es hier keinen Kleiderschrank gibt... Ist das nicht der Karte... Ich muss gar nichts. Ich gehe jetzt hier unten die Schränke abgucken. Das Ort ist unmöglich. Was mache ich hier gerade jetzt? Das Ort ist unmöglich. Was mache ich hier gerade jetzt? Nope. Yes. Gut. Mir wird gesagt, ich soll zur Isaacs Wohnung zurückgehen. Da kriege ich wahrscheinlich eine Karte oder sowas. Wenn ich das wüsste. Das Ort ist unmöglich. Was mache ich gerade vor der Gittertür erschrocken habe? Vielleicht. Ich nehme die Brechstange. Ach, Manu. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste diesen ganzen Mist jetzt auf der normalen Schwierigkeitsstärke spielen. Ich würde einfach brechen. Ja, ich lebe, weil ich auf leicht gestellt habe. Sonst wäre ich schon 20 Mal tot. Gerade gar keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe nur die ganze Zeit, dass es nochmal ein bisschen besser wird. Ich will mich halt nicht unterkriegen lassen. Deswegen spiele ich halt weiter. Weil ich die ganze Zeit denke, es wird bestimmt gleich nochmal gut. Ich wünsche mir gerade so ein bisschen das Feeling aus der ersten Episode zurück. Die hat mir so gut gefallen. Wie kommen die darauf, dass man das in zwei Stunden durchgespielt hat? Also, wie willst du? Also, selbst mit Komplettlösung. Ich lasse mir jetzt inzwischen schon von der Komplettlösung helfen. Nein, 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 nein. Ich habe die Schnauze voll. Ich hasse alles. 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 Lacht da etwa jemand im Chat? Lacht da nur einer von euch im Chat? Ich schwöre, ne? Mann. Ich habe sechs bis acht Stunden für Episode zwei gebraucht. Yay. Das Spiel hat ja nur fünf Episoden. Kein Problem. Kann ich nicht eins von diesen Seilen? Die sind so verlockend. Bitte. Please. Ich meine, hey, ist kein Problem. Ja. Ja. 200 Milliliter Stabilisator, unabhängig von der endgültigen Menge. Was ist da vor ein Stabilisator? Das könnte alles Pferdepisse sein. Was? Ein Milliliter Dimethylsulfoxid. Und zwei Milliliter Wasserstoffperoxid. Pro Milligramm Luminol. Und natürlich 50 Milliliter destilliertes Wasser. Und nochmal 50 Milliliter weitere, wenn die Gesamtmischung... Ich weiß doch gar nicht, was was ist. Was passiert denn, wenn ich hier dran drücke? Was ich doch nicht warte, das ist? Muss ich hier auch noch Minus rechnen? Ich weiß nicht, was ich nicht warte, 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 was ich warte, was ich nicht warte, was ich nicht warte, was ich nicht warte, was ich nicht warte, was ich warte, was ich warte, was ich warte, was ich warte, Ich lasse einfach laufen. Wird schon passen. Kein Problem. Geht bestimmt gleich alles in die Luft. Kein Problem. So, hat sich natürlich auf wundersame Weise wieder aufgefüllt. Ich habe keine Lust. Ich habe mich irgendwo verrechnet. Bei Flasche B soll es viermal blubbern. Irgendjemand meinte, fünfmal blubbern. Also nochmal. Hä? Flasche A auf 225. Flasche C auf 100. Flasche D auf 200. Was mache ich denn falsch? Was ist mit Blubberblasen? Bei Flasche B nach dem Drehen der Düse auf die vier Blasen achten. Welche Blasen? Ich habe viermal gezählt diesmal extra. was ist mit Blasen. So, wo blubbert es jetzt hier? So, das war jetzt viermal. Ich habe die B-Flasche nicht vergessen. Ich habe die gemacht. Ich habe sogar bis vier gezählt. Kein Problem. Es ist bloß frustrierend. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Muss ich die Sachen vielleicht minus zählen? Nicht, dass es da steht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was von den Stoffen was ist. Das ist... So was ist doch bescheuert. A ist Wasserstoffperoxid. Wir brauchen auf jeden Fall 200 Milliliter Stabilisator. Das ist C. 200 Milliliter. Das heißt, es dürften nur noch 100 drin bleiben. So wie ihr das schon gesagt habt. Das ist jetzt ein bisschen mehr gewesen. Nein, du doch nicht. Bist du eigentlich von deinem Chat bestraft worden, dieses Spiel zu spielen? Oder wolltest du es selbst? Ich wollte es eigentlich selbst, tatsächlich. Und es hat so wunderschön angefangen. Es hatte so... Es hatte so... Ein schönes... Ein schönes Flair. So eine schöne Stimmung. Aber gerade finde ich es einfach nur noch zum Kotzen. So eine schöne Stimmung. Leute, ich hasse es so... Ich hasse es so sehr gerade. Das macht doch keinen Spaß. Warum baut man so eine Scheiße in so ein Spiel ein? Sorry, dass ich gerade so ausfallen bin. Das kotzt mich gerade einfach nur an. Ich gucke kurz nach einem YouTube-Video. Danke, ihr Süßis, für euren mentalen Support. Dankeschön. Ich will halt doch gar nicht schildet sein. Aber das ist einfach Bullshit. Man will so ein Spiel genießen. Man will nicht kurz Chemie studieren. Oder Mathe nochmal herausholen. Man möchte das nicht. Man möchte so ein Spiel spielen. Man möchte Rätsel haben, die anspruchsvoll sind. Aber nicht völlig over the top. Ich halte mich für einen intelligenten Menschen und für einen logisch denkenden Menschen. Aber das ist mir einfach eine Nummer zu hoch. Man kann doch nicht erwarten, dass jeder Spieler, der da draußen sitzt, einfach top daran ist, weiß ich nicht, irgendwelche Formeln zu errechnen oder überhaupt gut in Mathe zu sein oder in Chemie oder solchen Sachen. Für mich ist das super, super schwer. Weil ich habe halt auch eine Mathe-Schwäche. Die habe ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe die noch hübsch an meiner Tochter vererbt. Und ich habe keine Ahnung. Ich sehe eine Sachaufgabe und höre nur Taube auf dem Dach, Spatz in der Hand, wie viel ist XY mal 3000. So, weißt du? Das verstehe ich nicht. Ich raffe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf. Ich sehe die Logik dahinter nicht. Und das ist jetzt schon das dritte Rätsel in dieser Episode, was mich einfach nur abfuckt. Rätsel sind gut und schön, aber ich finde, dass sie unnötig schwer sein sollten. Genau, das sollten sie nicht sein. Sie sollten nicht unnötig schwer sein. Es ist schon so, dass du merkst, ah ja, okay, hier puzzle ich was zusammen. Passt perfekt. Das reicht. Du brauchst nicht mehr. Du möchtest als Spieler ja vor allem eine Spieler-Erfahrung machen. Die einzige Erfahrung, die ich im Moment aus dieser Episode herausnehme, ist Frust. Weil ich ständig an Sachen hängen bleibe, die für das Spiel, für den Genuss des Spiels überhaupt nicht zuträglich sind. In diesem Spiel sollte es um diese Erfahrung gehen mit diesen Erscheinungen, die so spontan kommen. Und die zu überstehen und es zu schaffen, irgendwie in einer bestimmten Zeit Hinweis für Hinweis zu sammeln. Und nicht daran, erst mal hier irgendwelche Bücher zu schlagen. Ich meine, stellt euch mal vor, wir würden wirklich noch in den 90ern leben. So, wo dieses Spiel hier spielt. Wo wir kein Internet hatten und googeln konnten, ob irgendjemand mal zufällig eine Komplettlösung für uns hat. Stellt euch mal vor, wir müssten Spiele noch spielen wie vor 20, 25 Jahren. Wo uns keiner geholfen hat. Außer du hattest vielleicht den Genie als besten Freund, der dasselbe Spiel hatte, der wusste, wie es geht. Aber das macht doch keinen Spaß. Das hat damals schon keinen Spaß gemacht und es macht heute immer noch keinen Spaß. Und wenn ich dann schon eine Auflösung aus dem Internet habe, dann umso mehr nicht. Was ich halt auch überhaupt nicht verstehe. Da steht halt hier drin, von Flasche B, so und so viel pro XY mal XZ blablups. Aber ich kann ja gar nicht sehen, wie viel da rauskommt. Woher soll ich das denn wissen? Ich habe, wie gesagt, hier eine Lösung. Ich gucke mir die mal schnell zu Ende an und dann... Schreie, wie gesagt, hier eine Lösung. Untertitelung des ZDF, 2020